Sie tanzt im Club. Gestern hat sie im Club getanzt. Morgen wird sie im Club tanzen. Morgen wird sie im Club tanzen. Wir feiern ein Fest. Gestern haben wir ein Fest gefeiert. Morgen werden wir ein Fest feiern. Er spielt Klavier. Gestern hat er Klavier gespielt. Morgen wird er Klavier spielen. Morgen wird er Klavier spielen. Ich gehe ins Fitnessstudio. Gestern bin ich ins Fitnessstudio gegangen. Morgen werde ich ins Fitnessstudio gehen. Morgen werde ich ins Fitnessstudio gehen. Sie besucht das Schwimmbad. Sie besucht das Schwimmbad. Gestern hat sie das Schwimmbad besucht. Morgen wird sie das Schwimmbad besuchen. Morgen wird sie das Schwimmbad besuchen. Wir essen im Restaurant. Wir essen im Restaurant. Gestern haben wir im Restaurant gegessen. Morgen werden wir im Restaurant essen. Morgen werden wir im Restaurant essen. Er malt die Wand. Gestern hat er die Wand gemalt. Morgen wird er die Wand malen. Morgen wird er die Wand malen. Ich schreibe eine Nachricht. Ich schreibe eine Nachricht. Gestern habe ich eine Nachricht geschrieben. Morgen werde ich eine Nachricht schreiben. Morgen werde ich eine Nachricht schreiben. Sie fährt mit dem Fahrrad. Sie fährt mit dem Fahrrad. Gestern ist sie mit dem Fahrrad gefahren. Morgen wird sie mit dem Fahrrad fahren. Morgen wird sie mit dem Fahrrad fahren. Wir besuchen eine Ausstellung. Gestern haben wir eine Ausstellung besucht. Morgen werden wir eine Ausstellung besuchen. Morgen werden wir eine Ausstellung besuchen. Er liest ein neues Buch. Gestern hat er ein neues Buch gelesen. Morgen wird er ein neues Buch lesen. Morgen wird er ein neues Buch lesen. Ich trinke einen Kaffee. Ich trinke einen Kaffee. Gestern habe ich einen Kaffee getrunken. Gestern habe ich einen Kaffee getrunken. Morgen werde ich einen Kaffee trinken. Morgen werde ich einen Kaffee trinken. Sie kauft ein neues Handy. Sie kauft ein neues Handy. Gestern hat sie ein neues Handy gekauft. Morgen wird sie ein neues Handy kaufen. Morgen wird sie ein neues Handy kaufen. Morgen wird sie ein neues Handy kaufen. Wir spielen ein Videospiel. Wir spielen ein Videospiel. Gestern haben wir ein Videospiel gespielt. Gestern haben wir ein Videospiel gespielt. Morgen werden wir ein Videospiel spielen. Morgen werden wir ein Videospiel spielen. Er besucht seine Großeltern. Gestern hat er seine Großeltern besucht. Morgen wird er seine Großeltern besuchen. Morgen wird er seine Großeltern besuchen. Ich mache meine Hausaufgaben. Gestern habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Morgen werde ich meine Hausaufgaben machen. Morgen werde ich meine Hausaufgaben machen. Wir gehen in den Park. Gestern sind wir in den Park gegangen. Morgen werden wir in den Park gehen. Er schaut einen Film. Gestern hat er einen Film geschaut. Morgen wird er einen Film geschaut. Morgen wird er einen Film schauen. Morgen wird er einen Film schauen. Ich koche heute Abend. Gestern habe ich gekocht. Morgen werde ich wieder kochen. Morgen werde ich wieder kochen. Sie putzt das Haus. Gestern hat sie das Haus geputzt. Morgen wird sie das Haus geputzt. zweideeventil, eine Hausaufgaben gemacht. Hier sind jetzt etwas. , ob bin ich. Schade. Als CP ein bunt. Schade. Schade. Ich bin alle. Jetzt bin alle. Ich bin alle. Mir bin alle. Ich bin alle. Schade. Untertitelung des ZDF, 2020